herzlich willkommen liebe zuschauer zum trading tipp vor tagen sie haben es mitbekommen wurden die 5g lizenzen veräußert und auch 1 und 1 drillisch hat den zuschlag bekommen die aktie danach deutlich nach oben geschossen was man hier im linien chart gar nicht sieht es liegt daran dass die aktie im tagesverlauf schon abgegeben hat und auch heute mit minus 4 prozent zu den schwächsten werten im hardax zählt ich kann mir das nur so vorstellen dass er die kosten für das unternehmen jetzt erst dann ja beginnen man musste ein eigenes netz aufbauen und das kostet richtig richtig viel asche und entsprechend vorsichtig sind da die anleger und es ist zu befürchten dass wir dieses jahres tief bei 25 euro 90 ja wahrscheinlich mal testen werden und im schlimmsten fall deutlich unterscheiden werden ich sag mal so der trend seit einem jahr spricht bände wir fallen sukzessive mit ja klar immer wieder klein gegenbewegungen aber letztendlich der abwärts trend ist intakt und droht mit dem fall unter die 25 90 sich noch einmal zu beschleunigen deswegen haben wir ein faktor short zertifikat auf drillisch 1 und 1 drillisch dabei mf2 mpz ist die wkn unseres partners morgen stanley kostet 15 euro 58 hat einen faktor von drei also wenn es da wirklich mal ins rutschen kommt dann dürften wir wahrscheinlich auch die 20 euro marke sehen und dann steht erschein nicht bei 15 euro 60 sondern wahrscheinlich eher bei 20 22 euro also durchaus eine hohes kurspotenzial stopp kurs würde ich bei bei 13 euro 50 platzieren also zwei euro etwa unter dem aktuellen niveau das wärs von meiner seite für diese woche ich wünsche ihnen viel erfolg beim traden ein schönes wochenende und bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss